also jungs und mädels das war noch der rest von gestern was ich erledigt habe komplett hier wie zu sehen mit dem alubutyl ausgekleidet hier drum herum ein gehäuse mit dem alubutyl gebaut das ist der eingebaut lautsprecher weil da entstand ein loch hier wo man mit dem hette finger durch können aber das alubutyl dichtet muss ich ganz ehrlich sagen verdammt gut ab hier die verkabelung muss ich bloß noch drüber ziehen das hier drüber ziehen hinten habe ich auch alibitumen matten diese wo es vom baumarkt zu holen gibt drauf gemacht also die tür ist jetzt bombenfest hört ihr auch hier oder auch hier ok dann machen wir später mal den soundcheck ohne verstärker